Guten Morgen, ich bin der Yeti und ich habe Freude, dass ich bei den Kalverschänzen dabei sein darf. Preis. Kannst du aufsteigen, kannst du absteigen. Drei Affen noch dazu, gell? Okay, ja. Drei Affen hier noch, ja. Und dann der vierte Gorilla. Chin! Chin! Hey! Drei Chin! Das ist auch eine schöne. Also, nochmal, ich bin der Yeti, ich bin der Kalverschränzer. Es ist Samstagmorgen und ich habe hier einen Affen. Hier einen Affen. Darf ich schnell? Noch schnell, ich muss noch einen Affen suchen. Also, tschüss!